Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Python Programmierung, das Modul pwd. Die Zeilen wurden im Vorress gespeichert als Datei bd.py im persönlichen Ordner und die Datei wurde als ausführbar markiert. In diesem Video möchte ich die Aufmerksamkeit auf das Modul pwd lenken, das man importieren kann mittels Import pwd. Das Modul pwd bietet Zugriff auf die Benutzerdatenbank des Unix-Systems, sprich auf die Daten, die in der Datei //edc//passwd gelagert werden, wie Benutzername, Benutzer-ID, Benutzerverzeichnis und so weiter. Der Inhalt der Datei sieht so aus, cat//edc//passwd. Mittels pwd.get pwnamen, Klammer auf, Benutzername, Klammer zu, bekomme ich den Benutzerdatenbank-Eintrag zu dem angegebenen Benutzernamen, zum Beispiel Paul, mit dem man sich einloggen kann. Und gleich mal Skript ausführen mit Python bd.py und hier gibt es dann die Daten, Benutzername, Benutzer-ID und so weiter. Wenn man nicht weiß, wie der Benutzername ist, kann man auch eingeben Who am I. Hier Benutzername Paul. Die ID, Benutzer-Identifikationsnummer. Zu dem Benutzer bringt man unter Zuhilfename von ID in Erfahrung. Das ist hier die Nummer 1000. Per, hier Zeile 8, pwd.get pwd, in Klammern Benutzer-Identifikationsnummer, also ID, kann man die Daten dann mit der ID abfragen und speichern und ausführen. Die ganze Palette mit allen Daten bekommt und man mittels pwd.get pwd, Klammer auf, Klammer zu und speichern und ausführen. Einzelne Datenfelder kann man auch abfragen und zwar hier von 0 bis 6. Index 0 bis 6, das sind dann sieben Datenfelder. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur hier mit pwd.get pwd, Abfrage per Benutzer-ID, jetzt nur den Benutzernamen haben will, dann schreibe ich hier noch den Index hinzu, eckige Klammer auf, Index 0, eckige Klammer zu, speichern und ausführen. Das kann ich weglassen, Zeile 6 und 10, weglassen und Skript ausführen. Dann ist hier der Benutzername Paul. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier nur das Home-Verzeichnis haben will, wie sieht das aus, dann kann ich hier angeben 5, speichern und ausführen. Oder die Shell, das ist dann Nr. 6, speichern und ausführen und so weiter. Das war User Powerful Home Screencast. Tschau und viel Glück.